Ready, drücken. Ja, nice. Sogar Silencer, Duck. Hallo. So, einmal alle Dings hin. Flopp, flopp, flopp. Guck mal, hier unsere Cousins, Baloui. Ja, ja, so. Aber die müssen aus deiner Familie kommen. Die sehen dementsprechend aus. Nee, deren Gehirne sehen so groß aus wie deine. Frech, 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 frech. So, wo haben wir denn hier? Ja. Hallo. 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 Ich weiß nicht, ob man das hier als normale Task haben kann. Deswegen war ich gerade. Ah ja. Okay. Kunran. Kunran. Ich kann Baloui killen. Kunran hat, ähm. Die neulich schon. Nefi. Ich hatte dich noch nicht. Hey, Kne... Nö. Ich schwöre, es war ein Unfall. Ich habe das gemacht, was Gippi gesagt hat. Oh, Leuk, Knecht, die ist auch gestorben im gleichen Moment. Er war gerade mal unter mir. Er war gerade mal unter mir. Dann, du weißt, du weißt, was, äh, was, äh, was, was Gippi gerade meinte. Und ich habe dann gesagt, dass ich Knecht ihn nicht töten möchte, weil ich neulich schon so oft getötet habe. Er hat Gippi gesagt, ich soll ihn töten und dann reporten. Dadurch wird es auch verhindert. Dann habe ich das gemacht, weil ich bin... Wechsel in den Augen gekommen. Aber in dem Moment ist Knecht war mir auch vorbei gelaufen. Ja, ich habe deswegen noch gesagt, dass ich ihn nicht töten kann. Ja, genau, genau deine Meinung. Ja, das fasst die Runde sehr gut zusammen. Weil Knecht, die ist gerade unter mir gewesen, wo ich Gippi getötet habe und ist jetzt auch tot. Also, der ist im gleichen Moment wie Gippi gestorben. Ja, deswegen ist das ein Unfall. Das war ein Lover. Ja, also ich muss nur sagen, da kam er irgendwann zu mir und Didi und meinte, wir sollten Knecht, die töten, falls wir Killer sind. Sonst hat er gleich gewonnen. Ja, der sagte... Ja, Knecht, die hat rumgewusst. Können wir das bitte jetzt nicht in dem Meeting so sagen, weil Knecht, die hört uns ja. Jetzt weiß er ja, dass ich ihn verraten habe. Nein, der hört dich. Ja, er ist auch selber zu mir gerannt und hat gesagt, ich huste dich jetzt an und ist wieder gegangen. Ja, der ist zu mir auch. Ihr müsst doch mich jetzt nicht hier noch an den Pranger stellen. Naja. Naja. Okay, dann lassen wir das. Gardaro hat nichts gesagt. Ich, äh, wie gesagt, ich gebe zu, ich habe Gippi getötet auf seinen Wunsch hin. Also ich habe noch gesehen, wie Knecht, die umgefallen ist und habe mich noch gewundert, dass, ich dachte erst, es wäre irgendwie dieses, dieses Verfluchtsein, dass ich dann instant reporte. Äh, ja, das Verfluchtsein. Ja, warte mal, wenn du ihn jetzt gesehen hast, dann musst du ihn, dann musst du auch den Killer gesehen haben. Den, den Kanadier? Nee, den Kanadier? Ich habe ja reportet und ich habe ja von vornherein gesagt, dass ich Gippi getötet habe, weil es so schlimm. Hä? Da war Franzi nicht. Oder sie ist gerade von links gekommen. Interessant. Das sind zu viele Worts auf mich. Warum? Nee, ich finde die genau richtig, die Anzahl. Die könnte höher sein. Nee? Doch, doch. Das ist schon gut so. Ich glaube nämlich... Franzi ist tot um. Guten Tag. Hilfe. Hilfe. Hilfe? Warum? Ich habe mir gerade gesagt, sie ist Killer. Hört man mich? Ja, gut. Danke. Ah, ich kann ja silenzen. Moment, ich bin ja gar nicht... Moment. Ich dachte, ich wäre die Dings-Duck, aber ich bin ja die Silencer-Duck. Ich kann stumm schalten. Hallo. Items sagt im Meeting mal nix. Das Problem, dass mein BH mir am Rücken zwickt. Du trägst ein BH? Natürlich. Einfach weglassen. Belästigt er euch? Ja. Nee, guten Tag. Hallo. Also wirklich, belästigt er euch? Wir haben Frauen-Gespräche. Ja. Aber ich höre dich. Was? Nee, ich habe dich bisher tatsächlich nicht gehört. Also, Baloui belästigt euch beide. Ja. Ja, wir sagen auch nichts. Wir sagen nichts. Ja, ich war's nicht. Was ist passiert? Also. Ähm, da... Dalu liegt oben links in der Bar. Ich habe keine Ahnung, ob ich da die ganze Zeit drüber gelaufen war. Ich war verwundert, weil Mino irgendwann hinterher kam, aber nicht geredet hat. Aber die hat Probleme, dass sie ingame zu hören hat. Ja, genau. Er liegt auf jeden Fall oben links in der Bar. Ja, dann... In der Bar war ich schon lange nicht mehr. Ich habe gerade der Dame rechts das Paket aus der Bar gegeben. Das heißt, ich war lange nicht mehr in der Bar. Also, ich war jetzt letzte Woche in der Bar. Ähm, ja. Ja, könnte auch schon eine Woche liegen. Das könnte dann kommen. Nein. Dann habe ich jetzt ein Problem. Er war noch nicht da. Aber hast du mit Items reported, Kundran? Ja, Items kamen später rein. Ach so. Ich war leicht verwirrt, dadurch, dass Mino nicht geredet hat. Und dachte mir schon, sie muss wahrscheinlich... Und Divi hat rechts geredet mit Mio, war das, glaube ich? Ja, Divi habe ich ganz am Anfang rechts mit Franzi gesehen. Ja. Also, ganz am Anfang zur Runde. Ja. Aber ich habe sie am Ende jetzt rechts gesehen, bei der Dame. Was ist bei Julis Mikro immer los, ey? Ich glaube, Mio und Nephi. Ne, Nephi. Ne, ich war da. Ach so. Ja. Ich verstehe Julie ganz schlecht. Ja, Julie rauscht. Julie steamt wieder am Wasserfall. Das ist jetzt, das ist halt ein Problem. Und was machen wir jetzt? Wie voten wir? Nicht Franzi, weil Franzi ist Dodo wahrscheinlich. Ne. Ja, bin ich. Okay, was heißt Items? Wo war denn Nio? Ich war gerade eben in der Bank, dann habe ich die ausgeraubt und dann bin ich ins Rathaus reiht und habe da auf den Hammer hier dreimal geklappt und das Gesetz durchgebracht. Nio ist böse. Nein. Ich befürchte, Mio hatte nicht genug Zeit. Ich glaube, sie fixt gerade eher ihr Ding, ihr Problem. Ja, das meine ich damit. Ah, wie? Voll Profis. Ja, ne? Ne. Er hat jetzt ein GoXLR und Voll Profis, die das nicht eigentlich für mich eingestellt haben. Mino hat ein GoXLR jetzt. Ja. Ach so. Voll Profis haben es bei ihr eingerichtet und hat nicht auf mich gehört. Ja. Alles klar. Da ist sie. Hat einfach nicht auf mich gehört, weißt du? Deswegen sollten wir die einfach umdrehen. Hört man nicht? Jetzt hört man nicht, man hört mich nicht, oder? Doch, man hört mich nicht. Ne, aber warum? Das ist, aber das ist nur, wenn ich oben auf das Mikrofon drauf drücke. Das macht gar keinen Sinn. Ne, wenn du oben auf das Mikrofon drückst. Mit der Maustaste. Ja, dann leg doch deine, deine, genau, dann leg doch deine Voice-Taste an. Ne, 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 ne. Ja. Das sind Voll Profis, okay? Ah, ja. Okay? Ja, man hört Mino wieder. Genau, man hört sie. Ich höre den Voll Profis mal aus, das sind Voll Profis. Nicht, äh, ich war gerade gesilenced in dem Meeting. Echt? Also man hört mal, also entweder mit, ja. Also man hört mich jetzt wirklich, ob es auf das Mikrofon drauf ist, oder? Ja, man hört dich. Das ist richtig gut. Ja, man hört dich jetzt. Ja, man hört mich gerade gesilenced, Mino. Nein, ich, wieso sollte ich jemanden silenced? Ich komm mit, was ist denn vorhin denn? Nefi, komm mit, ich zeig dir was. Guck mal. Boah. Soll ich dir auch was zeigen? Ja, nein. Du sollst mich nicht töten. Nefi, was hast du getan? Hast du? Nein, ich hab nichts gemacht. Ne, ich will dich ja gar nicht töten. Boah. Achso, okay. Was dann? Julie ist, glaube ich, auch böse, ne? Sie kam, glaube ich, aus dem Band vorhin. Ja, Julie ist böse. Ah, das könnte sein. Ah, okay. Ah, dann hat sie uns nicht gekillt, weil wir beieinander standen. Nefi, was ist dein nächstes Ziel? Ähm, eins hier hab ich schon... Oh, wait, das war... Was? Ah, wait. Okay, Moment. Jetzt bin ich nicht gesilenced. Ja, items wurde gesilenced vorhin. Du hast items gesilenced? Ich war letztes Meeting gesilenced. Wir waren eben gerade noch vor dem Friseurladen mit Mino. Und dabei waren Nefi, Divi und... Franzi, und wir sind nach links weggegangen. Franzi. Franzi. Nefi und ich haben uns auf jeden Fall gerade noch unterhalten. Genau, wir haben bis zum... Wir haben hier fortgeredet, ne? Ja. Franzi, wo bist du dann hin? Sie gesilenced? Sie gesilenced? Jetzt ist Franzi gesilenced. Vielleicht will sie auch nur ihre Stimme schonen, weiß man nicht. Kann der Silencer jede Runde in anderen silenzen? Äh, ja, kann er. Glaube ja. Hm, ich hab das Problem, die Runde davor, wo ich gesilenced wurde, bin ich niemandem anderen gecrossed, außer Mino und Kundran, was mich hätte silenzen können. Alle anderen waren tot. Ich vergiss da komplett. Und jetzt lebt nur noch Kundran, wo wir bei der Läuche waren. Mich komplett vergessen, und ich hab ihn so schlecht gefeilt. Ach nein, das war auch die Runde davor. Er hat mir sogar Hallo gesagt. Achso, der Silencer ist halt ne böse Runde, ne? Und jetzt ist das Problem, wo ist ein Mino? Am Brunnen. Genau. Ist nämlich unter mir gerade geplatzt. Das hab ich gesehen. Also, Nephi, Franzi und ich waren gerade zusammen, Nephi und ich haben gequatscht und Franzi ist gerade weggegangen. Ja, genau. Wir sind links. Am, am Pub in der Nähe. Und wir waren halt vorher mit Mino zusammen. Andi ist mit Mino zurückgeblieben. Eigentlich dürfen wir niemanden voten. Wir sollten aber nicht einmal jemanden voten. Hm. Hm, verstehe ich. Aber sieben ist halt ein gefährliches Vot. Ja. Okay. Okay. Gefängnis für Kundran und Franzi. Oh Mann. Wie Spaß. Irgendeiner von den beiden. Ich hab den Schlüssel. Ich hab zwei Schlüssel. Ich muss zum Knast. Ich muss meinen Maid retten. Wo ist der Knast? Da unten. Sind die Bösen? Wir sind auch zum Spanien. Na jo. Hallo. Ich bin überhaupt nicht böse und Items weiß es auch. Komm raus. Oh. Mit einem Schlüssel drin versteckt. Aber das ist so. Ich bin der Schlüsselmann. Ich kann das. Jo. Ich. Hallo. Was machen wir denn jetzt? Weiß ich nicht. Oh Nio ist mal kurz in das Wend gegangen. Was? Ja Nio ist gerade aber gewendet. Ja Nio kann wenden. Okay. Ja Nio. Da ist er wieder. Hm. Der ist ganz schön. Ist der schneller? Weiß ich nicht. Vielleicht hat er nötig. Feuer. 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 Der hat. Wein Wein. Was? 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 Woordnνη. Was? I? Are. Ich war für uns. DIVI Geh nicht in die Lagerhalle Okay DIVI Das hast du nicht gesehen Was hab ich nicht gesehen? Okay, sehr gut Ich glaub ich wurd beschissen, DIVI Inwiefern beschissen? Moment, kannst du mal einen Schritt runter gehen? Okay, kannst du doch Ähm Ich glaub Kundran ist gar nicht mein Mate Ach so Ich dachte aber Kundran hat sabotiert Weil Ich glaub ich wurd beschissen Aber warte mal, Julie lebt glaub ich noch, ne? Ja, Julie wurde schon gesagt, dass sie böse sein könnte Kundran Wo ist Julie? Ja Keine Ahnung Hast du mich beschissen? Nein Du hast sabotiert am Anfang der Runde, oder? Äh Du hast das aktiviert, oder? Ne Ja Jein Also du hast die Quest gemacht dafür? Ja Okay Das ja Töte mal nicht DIVI, die ist nett Franzi ist tot Die Leiche lag Ja Wo? Moment, standest du nicht eben? Ich war am Beinern Also ich war auf dem Brunnen Also am Brunnen Und dann hab ich DIVI getroffen Aber ich hatte die ganze Zeit das R aufploppt Und ich konnte die ganze Zeit reporten Ich wollt grad sagen, weil du standest doch eben neben sie allein Ja DIVI-Statement? Ja, ja Ich hab diese Leiche auch gesehen Und dann hab ich versucht, sie zu essen Und dann hab ich gemerkt Oh, ich kann das irgendwie gar nicht Es geht gar nicht Es ist viel zu viel für mich Wollt mir das auf ein paar Tage einschalten Hast du Franzi gerade fett genommen? Hast du mich da hingestellt? Nein Okay Ich bin klein Denn dann hab ich mich da hingestellt Und gewartet, bis ich wieder Hunger hab Aber, pfff, ja Also Ich bin der Mechanicus, ne Und ich bin gerade in der Runde viel rumgewendet Und ich habe Nephi und Kundran sehr oft zusammen gesehen Und Kundran ist immer in Räume rein Hat was geguckt und ist wieder gegangen Genauso wie Nephi Hab die nämlich gespottet Ich hab die gestalkt Ähm Juli hab ich diese Runde gar nicht gesehen Und Divi hab ich schon am Brunnen stehen sehen Wie sie auf einer Leiche stand Lass mal Andi voten Scheiße Also Andi Also Andi ist es jetzt wirklich Andi ist es, glaube ich Andi Andi, wir sind beide safe, gut Das heißt, wir müssen uns jetzt einigen, wenn wir voten Ich bin für Andi Weiß ich nicht Andi ist ausgespottet Seit Anfang der Runde hab ich Nephi im Verdacht Weil ich ein Quadratschädel hab's auch's gut Wollt ihr mir auch was zeigen Also er wollte mir was zeigen Wo ich ihm gezeigt hab, dass ich wenden kann Also Ich wollte dir meinen Schlüssel zeigen Ich hab doch das Gefängnis aufgeschlossen Andi 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 Danke Divi Wow Egi Absolut recht Danke Und Franzi war wirklich Dodo Warum bist du da mitgegangen? Ja Divi musst du eigentlich Divi, warum hast du da denn nicht in dem Poster gewesen? Sie hat RP'd mit Die ganze Zeit Keine Ahnung Ja Divi wollte mir auch helfen eigentlich Naja, dir zu helfen war da nicht mehr Du warst in Runde 1 von mir schon als Dodo im Unterbewusstsein eingeschreitert Ja, Minou Ohne, dass es gecallt hat Mal Hätte ich eigentlich doch sprechen können Du hast mich nur gesilenced Nein, dich hab ich nie gesilenced Ich hab Items gesilenced Und Franzi einmal Ich hab dich auch in der Runde wirklich nicht gehört Also es war Ja, aber weil Danu halt gesagt hat, dass er mich gehört hat Aber das macht gar keinen Sinn Aber wieso? Vielleicht war es einfach verpackt Du uns oder so? Aha Also ich hab dich auch nicht gehört Und ich bin ja auch mit reingewiesen Also ich hab Divi und Minou Wir haben uns über Dino unterhalten So Maloui, ich wusste übrigens, dass du nicht der Imposter-Mate bist Weil ich stand neben Kun dran, als er eine Sabotage-Ready gemacht hat Daher wusste ich, dass Kun dran der andere Imposter ist Alles gut, alles gut an Outro Untertitelung des ZDF, 2020